Für Sarah Harrison ist ein kleiner Traum wahr geworden, denn nach langem Schweigen ist es nun ganz offiziell. Sie bringt ihre eigene Modemarke raus. Seit langer Zeit arbeitet die Influencer-Mutter an ihrem Projekt und nun ist es Wirklichkeit. Geplant sind verschiedene Styles, die alle einen gewissen Hauch von Sarah mit sich bringen. Somit können sich Fans auf ganz besonderer Ebene mit ihr verbinden und sie unterstützen. Voraussichtlich in den nächsten Tagen wird es weitere Informationen zu Preisen und zum Erscheinungsdatum ihrer Modemarke geben. Hier ein kleines Statement von ihr. Ich kriege meinen Grinzen gar nicht runter. Das ist immer wieder aufregend. Ich glaube, das wird nie aufhören. Und das ist wirklich das Besondere auch an Social Media, das Besondere auch an meiner Community. Ich liebe es, solche Punkte einfach mit euch zu teilen. Viele haben auch schon richtig gelegen, richtig geraten. Und ich glaube, einige werden sich auch darüber sehr freuen. Ja, es gibt bald meine eigene Fashion Brand. Kann mich mal jemand greifen? Das ist so verrückt, ne? Es ist so wirklich inspired an meinem Kleiderschrank. Ihr werdet so krass Sarah sehen in diesen Produkten. Ein so toller, besonderer Style. Ich will gar nicht zu viel verraten. Ich werde euch dann das alles nochmal ein bisschen ausführlicher machen, wenn es dann soweit ist. Bis bald, 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 bald. Seid ihr auf ihre neue Mode gespannt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.